Ab gehts, Zeitlupe, 10 Stück. Langsam, 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 langsam aufstehen, langsam, Zeitlupe aufstehen, genau. Davon 10 Stück bitte. Dann häng mal oben rein, wenn du oben bist. Kurzhandeln schnappen, Auswahlschritte. Ja. Ja. Langsam. 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 Und rein. Komm, weißt du nicht hoch, jetzt. Hier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Komm, 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 komm. Neun. Hoch die Scheiße und raus. Zur Fresse, komm. Wie schon. Ich bin die Brot. Sieben. Ja. Dann geht es. Sieben. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzen kann. Ich bin ruhig. Sehr schön. Jetzt gehst du dann unter dem Rücken rein. Unter dem Rücken oder Würbelsäule? Scheißegal. Komm, mach das Ende. Komm, Katja. Komm, Katja. Komm, versuch's, komm. Dann lass den Schritt nach vorne. Komm, komm. Komm. Nee, erst nicht. Jetzt stellst du dich noch mal hin. Du machst einfach das langsame Tempo bei beiden. Ja, stell dich nach hinten an, genau. Und ab. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Das ist ein starkes Mädchen. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Na gut, wir geben auf. Okay. Na gut. Ich kenne ja Katja. Also, die flennt jetzt nicht ohne Grund rum. Unter dem Rücken hat sie schon immer so ein bisschen was. Aber da arbeiten wir jetzt auch dran. Sie hatte Hausaufgaben bekommen von mir. Ein bisschen Mobilitätstraining zu machen zu Hause noch zusätzlich. Gerade weil der unter dem Rücken so ein Problembereich ist bei ihr. Und deswegen scheißegal. Machen wir jetzt mit einem ganz normalen Beintraining weiter, junge Frau. Okay? Jawohl. Na ja, würde ich nicht hören. Das reicht. Ich habe schon Tränen. Wir machen das schwerer jetzt im Satz. Okay. Warum schwitzt du eigentlich nicht? Weil ich so dick angezogen bin. Verrat mir das Geheimnis. Du glänzt nicht mal. Ich weiß, dass es Katja heute gar nicht schmeckt. Weil Katja möchte gerne immer schwer trainieren. Und heute ist mal so ein bisschen Muskelausdauer mit gefragt. Ja, aber warum schwitzt sie nicht? Warum schwitzt sie nicht? Sie pumpt wie ein Bär, aber sie schwitzt nicht. Ja, nur weil sie sich noch nicht anstrengt. Das kommt. Aha. Weiter, weiter, zwei Stück. Okay. Langsamer, langsamer. Richtig aus dem Muskel, richtig aus der Muskelkraft raus. Aber langsam. Wenn das Gewicht so leicht ist. Das machst du dicker Tod hier in Wiederholung. Wenn es zu leicht ist, dann raus. Dann lass weg. Ich hab noch mal nichts mehr in der Katja. Ich hab noch mal nichts mehr in der Katja. Dann bringst du raus. Dann bringst du auch nichts. Ich habe noch nicht mehr in der Katja. Ich habe noch einen Nacken. Ich habe noch einen Händen. Ui, ähm, wo die Hände? Was war's? Leider nix. Ja, sehr schön. Und weg. Helfe mal bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und weiter geht's. Acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Los geht's, langsam bis zum Ende. Eins, zwei, drei, jetzt Tempo rein, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und raus. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sieben. Sieben. Sehr schön. Acht. Zwei Stück noch. Neun. Zehn. Einhängen. Zehn. 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 Und weiter geht's. Zehn. 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 Elbungen hoch, drei Elbungen hoch, vier, sehr schön, fünf Elbungen hoch, sieben, acht, neun und noch ein und rein. So, ganz normal, einfach nochmal zehn Stück normales Tempo, gucken wir mal was geht, fünf, sechs, sieben, acht, neun, immer noch ein. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Das ist leicht recht. Timo! Ist was rausgekommen? Sagen wir mal so, ein bestücktes Bäuerchen gemacht. Das war jetzt der schwerste Satz von der Übung, wir machen hier ganz normal wie vorhin eben und da habe ich dir richtig Gewicht drauf gebrummt und zwar machen wir da mit den ganz schweren machst du dann 5, mit dem nächsten 10 und mit dem letzten versuchst du 15. Versuchen, aber wichtig ist, dass du das erste Mal das Schmiergewicht vernünftig bewegst 5 Wiederholungen Minimum. Jawohl. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Los geht's. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn und raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und langsam vorgehen. Langsam. Langsam. Schön langsam. Schön langsam. Langsam, Katja. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch reingestellt. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Mein Fehler. So, weiter geht's. Kopf ausschalten. Ich bin da. Zehn Stück, hintereinander weg. Schaffen wir. Komm, verheißen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Noch ein. Und langsam vor. Langsam, langsam, langsam. Okay? Das ist richtig. Das geht nicht. Ich glaube, wir fallen die Ausfahrschritte gleich weg. So, komm. Nochmal erst jetzt. Komm, Katja, komm. Wir reißen uns zusammen. Wir sind keine Freizeitsportler. Komm. Jawohl. Ganz cool. Ich bin da. Okay, dann geh Ausfahrschritte machen. Dann lass weg. Komm, komm. Da kannst du schön kopfeln. Das ist halt der Kreislauf, ne? Mit diesen extremen. Mit diesen extremen. Mit diesen extremen, ja. Riesenleistung bis jetzt. Bin ich echt zufrieden gerade? Ich bin zufrieden. Ich weiß, es interessiert dich gerade nicht so. Aber ich finde es gut. Ich finde es richtig geil, was du bis jetzt gemacht hast. Ist ja so als anderes rum, aber ich fühle mich gerade nicht wie so ein Versager. Wieso? So kürzisch. Nicht. Hey, guck mal. Na, das ist doch das Schwachste, was du machst. Das musste erst meinen Arm an die Scheiße. Und beim nächsten Mal wird es definitiv besser laufen. Das ist doch einfach, weil der Kreislauf gar nicht dran gewöhnt ist. An dieses, das ist Marathon, das ist Körper durch Ficken pur hier. Das ist gerade durch diese extrem vielen Wiederholungen. Abnehmende Sätze. Keine Pause gönnen. Körperschocken. In die Fresse geben. Und dann Nährstoffe pennen. Ruhe. Was weiß ich noch alles. Und dann wächst man. Dann wird man. Das ist Bodybuilding. Alles andere ist beschissener Freizeitsport. Kindergarten. Könnt ihr mich, was ich jetzt alle wieder hassen für. Aber es ist nun mal so. Gut. Jetzt zu Corona muss man natürlich ganz klar sagen. Selbst viele, die das gerne machen würden, können es halt nicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier heute das nochmal zu machen. Bevor die da ganz durchdrehen hier die Regierung. Und das, wie gesagt, ist für Katja jetzt auch eine neue Erfahrung. Aber so entwickeln wir uns ja auch Stück für Stück weiter. Die Praxis und die Realität sieht definitiv anders aus. Das kann ich euch versprechen. Wir bleiben mit der Maschine. Wir machen aber keine Reduktionssätze, sondern wir machen ganz normale Trainingssätze. Und gehen von da aus direkt in die Beinpressung. Und da machen wir Reduktionssätze. Okay. Und das mit Ausfallschritten, das gucke ich mir dann nochmal an. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir werden zweimal reduzieren. Und das sollte gut funktionieren, denke ich. Okay, aus. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Einhängen. Und weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Langsam? Und noch einmal. Langsam? Ja. Und noch einmal. Langsam? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schöner Satz. So, ich bereite alles wieder vor. Du rufst dich in der Zeit aus. Noch fünf jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Neun, zehn, drei, vier, fünf. Und jetzt ist es wieder da, die Katja. Weiter geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aus. Neun, zehn, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weiter, 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 weiter. Wölf, zwölf, 13. Und raus. Tiefluft holen. Action. Auch bis der letzte Satz ist aber voll wie beim ersten. Ja, komm, du kannst mitlassen. Du kannst die Maschine hassen. Du kannst den ganzen scheiß Planeten hassen. Komm. Aber arbeiten. Arbeiten. Komm, arbeiten. 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 Und raus. Ausarbeiten. Ausarbeiten. Oh Gott. Weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, runter. Sieben, acht, neun, runter. Zehn, einnehmen. Weiter geht's, komm. Schön tief runter, schön tief runter, Katja. Jawoll. Zwei, drei, vier, fünf, neun, zehn. Sehr schön, rein. Rein. Ein bisschen Kraft für den Beinstrecker. Komm. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und Schluss und raus und Feierabend. Herzlichen Dank für die Veranstaltung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.